Herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist Ihre Emma Stapel und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschalten haben. Heute möchten wir Ihnen die jungen Nationaldemokraten vorstellen, die Jugendorganisation der NPD. Bereits 1969 gegründet, waren die JN oftmals Motor innerparteilicher Entwicklungen. Dass sich die NPD schon frühzeitig um Themen wie Umweltschutz oder Bildungspolitik gekümmert hat, ist nicht zuletzt dem Engagement der JN zu verdanken, die bis heute immer wieder den Blick über den Tellerrand wagen. Mit ihrem Dreiklang Gemeinschaft, Bildung, Aktivismus will die JN zugleich sämtliche Bereiche der Nachwuchsförderung abdecken. Nicht nur, um die Jugend auf Führungsaufgaben in der Partei vorzubereiten, sondern auch, um charakterlich gefestigte Persönlichkeiten heranzubilden. Wir haben den im letzten Jahr neu gewählten JN-Bundesvorsitzenden Sebastian Richter und den sächsischen JN-Vorsitzenden Paul Rehacek zu ihren Vorstellungen befragt. Sehen Sie dies und vieles mehr in unserem Porträt über die jungen Nationaldemokraten. Jung, frech, radikal. So beschreiben die jungen Nationaldemokraten ihr politisches Profil. Und tatsächlich tritt die Jugendorganisation der NPD vielfach Forscher auf als ihre Mutterpartei und greift dabei auch zu unkonventionellen Mitteln. Natürlich immer auf dem Boden von Recht und Gesetz. Dass radikal und frech nicht etwa bedeutet, sich in der Öffentlichkeit als Bürgerschreck zu präsentieren, sondern vielmehr die Dinge von einer grundsätzlichen Position aus zu betrachten und mit Nachdruck anzugehen, verdeutlicht Paul Rehacek, JN-Vorsitzender in Sachsen. Die jungen Nationaldemokraten sind die Jugendorganisation der NPD. Nur wir arbeiten deutschlandweit nach den gleichen politischen Grundsätzen und bilden überall Strukturen in allen Teilen unserer Heimat. Wir arbeiten nach den drei Grundfeilern Aktivismus, Bildung, Gemeinschaft. Gemeinschaft wird bei den JN auf vielfältige Weise gelebt. Zum Beispiel in Form von gemeinsamen Unternehmungen wie Wandern, Kampfsport oder bei Festen wie Sonnwindfeiern. Aktivismus heißt bei den jungen Nationaldemokraten nicht nur, sich an überregionalen Demonstrationen zu beteiligen oder eigene Demos zu organisieren, sondern auch, sich vor Ort für die Belange der Jugend einzusetzen. Ob mit Flugblattverteilungen oder kreativen Aktionen, die JN sind stets ganz vorn mit dabei, wenn es um die Verteidigung unserer Identität geht. Bildung wird vor allem durch interne Schulungen und Infoveranstaltungen vermittelt. Ein nicht zu unterschätzender Pfeiler der politischen Arbeit. Hierzu noch einmal Paul Rehacek. Durch Bildung und Ausbildung vermitteln wir der Jugend das nötige Werkzeug für unsere politische Arbeit. Wir wollen Charaktere formen, fördern und ausbilden, damit sie bereit sind, den Kampf um die Straße zu beginnen. Wer bei den jungen Nationaldemokraten aktiv wird, setzt sich aktiv für deutsche Interessen ein und zeigt, dass er nicht zu denen gehört, die sich an Konsum, billiger Fernsehunterhaltung, kurzlebigen Trends oder gar Drogen berauschen. Teil einer Gemeinschaft werden. Miteinander statt neben- oder gegeneinander. Das ist auch die Devise des JN-Bundesvorsitzenden Sebastian Richter. Der entscheidende Punkt, wenn man vor der Frage steht, werde ich Mitglied einer Organisation, werde ich Teil der Jugendbewegung, ist, denke ich, dass man insbesondere in Bezug auf den drei Klang, Bildung, Gemeinschaft und Aktivismus, sich bewusst wird, dass nur eine bundesweite Organisation dazu in der Lage ist, zentral die Arbeit zu lenken und zu leiten. Dazu ist nur die Atemende in der Lage. Denn wir sind eben bundesweit aufgestellt und das ist der entscheidende Unterschied. Und da müssen halt unsere Aktivisten auch ihren Schwerpunkt sehen, dass sie Teil eines großen Ganzen sind und nicht eine einzelne verlorene Kameradschaft, die vielleicht gute Arbeit leistet vor Ort, aber im Prinzip in der Wirkung verpufft. Die jungen Nationaldemokraten sind die Jugend für Deutschland. Wer die Probleme in diesem Land erkannt hat, sollte sich nicht nur darüber aufregen, sondern aktiv nach Veränderungen streben. Wer sich aus allem heraushält, überlässt jene in das Feld, die für die Missstände verantwortlich sind. Wir sind die größte nationalistische Jugendbewegung Deutschlands. Uns geht es um die Köpfe und Herzen unserer Jugend. Werde auch du ein Teil davon. Wer mehr über die JN erfahren möchte oder Interesse an einer Mitgliedschaft hat, kann sich über die Internetseite www.jn-bufo.de informieren. Ich verabschiede mich nun wieder, natürlich nicht ohne darauf hinzuweisen, dass sie uns unterstützen können. Entweder mit einem Abo der deutschen Stimme oder einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Ihre Emma Stapel.